Alle Spieler, nicht nur die 11 Spieler, haben es sehr gut gemacht. Jeder Spieler hat in seiner Position gespielt. Jeder Spieler hat, was wir gesprochen haben. Und das ist das Bissste. Wenn ein Spieler im Außen der Stürmer spielt, muss er diese Rolle gut und das Beste machen. Und alle Spieler haben das gemacht. Wir haben unser Spiel gut kontrolliert. Wir haben nur eine Torschance gelassen, in der ersten Minute in der Ecke. Weil der größte Spieler war David Alaba, der andere war ein junger und kleiner Spieler. Die Ecke war für ihn. Wir haben kein anderes gelassen. Gegen Inter der Mailand, mit dieser großen Tennis-Mannschaft. Das haben wir sehr gut gemacht. Fabian Benko ist ein junger Spieler. Er hat nur 17 Jahre. Aber wir denken, er ist ein guter Spieler. Schritt für Schritt. Für ihn ist es eine große Ehre, hier zu sein. Er trainiert mit diesen großen Spielern. Jeden Training ist ein neuer Schritt nach vorne für ihn. Aber seine Position ist in der zweiten Mannschaft, in der dritten Mannschaft. Manchmal wird er mit uns trainieren, aber seine Position ist ruhiger zu bleiben. Weil er mit 17 Jahren muss. Er hat alles, um es zu verbessern. Aber wir sind zufrieden für seine Leistung, für das Training erhalten jeden Tag. Natürlich war heute ein starkes Spiel für die Midi-Di, für den Gegner. Aber es ist keiner verletzt. Ich bin sehr zufrieden. In diesem Moment sind wir okay.